Ja, die gehen ja nicht weg. Louis, pass auf, ne? Die sind schon ein bisschen größer als du. So ist ganz toll. Machst du richtig gut. Erstmal gucken, ne? Yeah, der war gut. Ja, an. Oh, Mamas Handschuhe, danke. Danke, mein Schatz. Danke. Ich habe meinen Handschuh verloren, hat er mir gebracht. Jo. Jo. Der kriecht sich ja durch, ne? Cool macht er das. Ne? Aber lass es mit ihm ein bisschen spielen. Einmal noch hier hoch. Einmal noch hier hoch. Letzt. Okay. Du musst ein bisschen weiter weg fahren. Geradeaus. Du bleibst schön hier. Jetzt machst du noch einen kleinen Drift und dann ist gut.